Moin, hallo und willkommen zurück zu Study Valley. Ich bin hier noch am See und habe jetzt noch in die Sachen gelootet. Und jetzt begebe ich mich mal wieder in den Wald. Erstmal sammle ich die Beeren rein. Und dann... Wenn ich nicht vor den Steinen laufe... Ähm, wir müssen Holz sammeln. Und vielleicht noch andere Sachen. Okay. Beeren sind hier auch zu pflücken, okay? Dann pflücke ich doch mal. Wenn ich gerade hier bin. So. Geh weg! So. Noch mehr Beeren? Okay. Das Holz nämlich noch mit. Ich brauche nämlich noch mehr Hartwood. Ich weiß nun nicht mehr genau wofür. Ich glaube für die... Für die Käsepressen bräuchte ich das, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Zehn Stück, glaube ich, ne? Pro Degens? Ich bin mir nicht sicher. Dann nehme ich noch ein bisschen was mit. So. Dann hier unten noch. Dann habe ich das nämlich gleich zusammen. Tja, Marni... Ich weiß nicht, ob Marni da ist. Ich gehe gleich noch bei Marni vorbei. Ich glaube, ich glaube, jetzt ist es hier Feierabend. Es ist schon wieder 5 Uhr. Wie spät ist es? Ah, ich kann ja trotzdem noch mal nachschauen. Wobei... Ja, doch. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht mehr, ne? Ne, schon 17 Uhr. Gucken wir mal. Wahrscheinlich macht Marni jetzt irgendwas anderes. Marni ist eh nicht da, dann kann ich auch gehen. Dienstag. Die Ahuni, die ist ja am Trainieren. Aber so lange? Den ganzen Tag? Das könnte etwas länger dauern wahrscheinlich dann, ne? Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ich brauche doch noch ein bisschen Futter. 88 war das, ne? Oder wie fehlte? 68. Das heißt, 20 gehen aber weg. Ach, du meine Güte. Ja, dann muss ich noch einmal vollfüllen. Mal schauen. So. Bieren habe ich hier noch. Bieren sind... Zu viel drin. 20 reichen. Die kann ich komplett rausnehmen. Pilze. 5. Dann können die raus. So, das müsste eigentlich gehen, ne? Hier sind noch Eier. Von denen habe ich noch keine guten, ne? Ne, leider nicht. Dann haue ich das mal alles raus. So, das kommt hier noch rein. Und hier kommt hier rein. Hier ist es nämlich noch neu. Das kommt da noch rein. Und du kommst hier noch rein. So, dann ist der Tag auch schneller gelaufen. Hi, Schatz. Ich bin wieder zu Hause. Tja. Tja. Es wird immer laut in den Abends, ne? Wobei... Hier ist es eigentlich ziemlich abgelegen. Müsste eigentlich gehen. Ich hoffe, schon mal ins Bett, Schatz. Wir haben zwar jetzt erst Abendbrot, aber... Ich muss ins Bett. Da ist noch ein bisschen was rumkommen. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Nicht schlecht. Sehr gut. Sehr gut. Das sind Jungs, die mögen mich alle. Das ist aber nicht so pralle. Bei Leia muss ich aufpassen. Da kriege ich von Abigail nachher Ärger. Aber wir sind ja oft platonisch. Also von daher... Alles gut. Fünf habe ich bei euch schon. Ich muss noch ein bisschen mehr Geschenke machen wahrscheinlich, wa? Ich möchte gern beliebt sein. Queen of Swords. Rerun. Gibt es keine neuen Sachen? Coldslaw. Na, toll. Na, du kleine Mulle-Maus. Du kleiner Racker. Wir haben auch leider nicht so viel Spielzeug hier. Das ist ein bisschen doof, ne? Ähm, was könnte ich denn noch kochen? Blueberry Tart? Oder Blackberry Cobbler? Ich glaube, ich gebe mal einen Blackberry Cobbler. Abigail, ich hoffe, das ist richtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier statt zum frühen Morgen. Siehste, ich wusste doch, was du magst. Sehr gut. Mann, Schwein gehabt. Ähm. Ah, das war jetzt Glück. So. Ich muss los, ich muss los. Ich muss erst mal ins Gewächshaus. Schweine sind schnell am Graben. Ich habe sie doch genau gehört. So. Die Trübelschweine. Jawohl, ja. Äh. Oh, Kakteen sind fertig. Okay. Sehr gut. Nehme ich direkt mit. So. Das sind einigermaßen gute Kakteen hier, wa? Ja, das kann sich sehen lassen. Geht. Zwölf, die schon etwas bessere Qualität haben. Ist schon in Ordnung. Und jetzt geht das Sprüche noch mal von vorne aus. Oh, guck mal. Oh, ich hab dich schon geknuddelt. Okay. Ich hab dich auch schon geknuddelt. So. Ich hoffe nur, heute ist Marni zu Hause, weil wir brauchen Futter. Jetzt fordert ihr mir wirklich noch die Haare vom Kopf hier nachher. Das will ich aber nicht, wenn man nachher weitergeht. So. Okay. Dann werden wir mal schön Malki-Malki machen. Bei dir nicht. Bei dir aber. Und bei dir. Und doch mal spülen. Dankeschön. Ist nichts dabei? Was? Malki einfach jetzt hier im Milkwaren. Ich malki einfach alles. So. Okay. Dann geh ich mal hier rein. Und sammle noch die Sachen ein. Hab ich hier noch was? Wow. Alles Gute. Komm von oben. Ähm. Ne. So. Das brauch ich. Das brauch ich. Das brauch ich. Und das brauch ich. Dann geht das hier direkt rein. So. Äh. Wo hab ich's denn da? Zack. 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 Okay. Jetzt muss ich nochmal, ähm. Schere. Schere. Blupp. Sehr gut. Dankeschön. Und du noch? Dankeschön. So. Uh. Du hast wieder kräftige Arbeit. Dankeschön. So. Jetzt geh ich aber hier nochmal rein. Und guck mal, was hier noch so geht. Zum Glück ist noch alles gefüllt hier. Kann mir keiner sauer sein, dass ich hier nicht, ähm. Da ist noch mehr. Okay. Gute Eier. Gute Eier. Wow. Hier sind die richtig gute Eier jetzt. Das ist ja nicht so viel. Moment. Hier ist noch irgendwas. Äh. Das sind richtig gute Eier. Wow. Gut. Sehr gut. Finde ich gut. Räume ich jetzt den ganzen Kram aus. Ne. Ich glaube, das mache ich dann bei der nächsten, äh. Dingens. Wenn ich wieder eine große Ernte habe, haue ich das alles raus. So. Das kommt erstmal alles hier rein. Zack. 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 Die Bajinese wird leider nicht besser, ne? Von der Qualität her. Schade. Egal. Passt schon. Sehr schön. Die Qualität, die du hast. Das ist immer schön. Dann geht es euch hoffentlich auch gut. So. Die haue ich hier noch rein. Und dann haue ich euch hier rein. Und da bin ich auch schon fertig, ne? Da ist schon eine Menge, was ich weggepacken kann. Ja, ach du meine Güte. So. So. Früh am Morgen. Mach's gut. Ich gehe jetzt mal zum Money. Müssen wir hier mal nochmal durchlassen, bitte. Danke. Okay. So. Müssen wir nicht Futter kaufen gehen. Ei, 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 ei. Auf einem Mittwoch. Ich hoffe, ich kriege noch was. Hi, Money. Endlich habe ich es mal geschafft. Ja, ich hätte gerne Supplies. Ich brauche das hier. Ich brauche... Hui. Das ist das frischeste, glaube ich. Weil du schon so viel auf dem Lager hast hier. Aber wird schon hier noch nicht. Ich brauche eine Menge. Ich weiß gar nicht. Ich will aber 480. Das heißt... Hm. 200 kostet mich schon 8, du meine Güte. Hm. Ich mache das Ding jetzt einfach voll. Ist egal. Ich gebe das ganze Geld leider weg. Das sind immerhin 20.000, die ich hier verbrate. Das ist unheimlich. Dankeschön. Das war teuer. Mach's gut. 400 Heu. Meine Güte, noch eins. Hätte ich das hier ein bisschen besser angebaut, hätte er wahrscheinlich, hätte ich dann genug zum selber machen. Das wäre eigentlich wichtig in der Farm, dass man so eine Stille hat, wo man wirklich die ganze Gras farmen kann. Ja. Wie haben wir jetzt? 448. Ja, ein bisschen was haben wir jetzt. Kann ich hier vielleicht noch ein bisschen was farmen? Vielleicht schön, wenn ich auf 480 käme. Mein Zug fährt durch Stardy Belly. Den ignoriere ich jetzt aber gerade mal gekonnt. Ich habe besseres zu tun. 5 Heu, ey. Das ist das so viel. Das war Schweineskräftig am Arbeiten. Alter Schwede. 353 kriege ich das noch voll. Ne, ich glaube nicht, oder? Das wäre schön, aber... Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, oben war noch ein bisschen heuer. Ah, ja, hier kann ich ein bisschen was farmen. Auch nicht so viel. Auch nicht so viel. Hier ist noch ein bisschen was zu farmen. Ich mag es ja nicht gern, wenn es so unordentlich ist, aber... Auf der anderen Seite, ich brauche Heu, sonst... Ja, stehe ich da. Das wäre dann ein bisschen uncool. Narkosie. Ich habe noch gar nicht gekonnt und noch kein Wasser gegeben. Tut mir leid. So. Jetzt habe ich das nachgeholt. Sehr gut. Das wäre auch erledigt. Muss ich noch was wegräumen? Ja. Hier war nichts mehr, ne? Hat ich jetzt alles ausgeräumt? Genau. Gut. Gut, gut, gut. Halber Tag rum. Und die Arbeit ist erledigt. Das ist doch schön. Das freut mich. Dann könnte ich jetzt mal gleich gucken. Ich muss mich mal für die... Für die Mine vorbereiten. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Material. Kakteen. Da habe ich drei richtig gute. Okay. Dann kann der Rest eigentlich weg, ne? Das können wir noch sammeln. Den Apfel können wir noch sammeln. Und der Rest kommt hier an. Okay. Zwei Äpfel nehme ich noch. Stimmt, ich muss noch hinten dekorieren. Das könnte ich noch mal an. Was habe ich denn hier zum dekorieren? Ähm... Die könnte ich nehmen. Das ist jetzt nicht so ein Scale von Maya, aber das ist okay. Was habe ich denn noch? Skelett. Ja, könnte man da hinten eigentlich reinstellen, oder? Das ist links. Das ist rechts. Da fehlt aber noch die Mitte, oder? Da ist noch, äh... Season-Decor. Hm. Das könnte man noch an die Wand klatschen. Das ist auch völlig nutzlos eigentlich. Hier die Dinger habe ich auch noch hier stehen. Ich weiß noch gar nicht, wohin damit, wa? Gucke ich mal. So. Die könnte ich noch irgendwo hinstellen. Ich weiß noch nicht genau. Da, komm. Packen wir da hin. Und dann habe ich noch eine. Eine Tarp. Könnte ich die irgendwo da hinstellen, irgendwo? So. Okay. Sieht ganz gut aus. Passt schon. So, das Warn-Dreieck machen wir hier hin. Das muss an der Wand gemacht werden. Ja, mache ich doch. Kann ich nicht. Darf ich das hier nicht dran bauen? Ach, krass. Das darf ich hier nicht anbauen. Das ist ja schade. Das ist also nur ein Standardraum, wo man nichts dekorieren kann. Das ist ja doof. Schade. Na gut. Dann räume ich die Sachen halt wieder weg. Verkaufen kann ich es ja, glaube ich, eh nicht. Wüsste ich jedenfalls nicht. Und braun tue ich sie leider auch nicht. Na gut. Dann, äh, rein damit. Da sind noch die Äpfel. Achso, die habe ich jetzt verarbeitet. Okay, das kommt noch weg. So. Das sollte reichen. Ähm, essen. Kann ich noch mal irgendwas kochen, was tolles? Was kann ich denn noch so kochen? 200 Energie und... Leben. 150 Energie und 60 Leben. Das wäre am einfachsten, ne? Hm. Jäm und Zucker. 250 Energie. Alter Schwede. Pink. Könnte ich noch einen von machen. Wow. Was fehlt mir denn dafür jetzt? Eier. Ich habe hier keine Eier mehr. Krass. 75 zu 30. 200 zu 80. Krass, da kann ich noch genug machen. Okay, das ist sehr gut. Dann bin ich eigentlich ausgerüstet, ne? Wenn ich mir das so angucke... Ja, das müsste reichen. Jetzt werde ich noch mal ein Mittagsschläfchen halten. Morgen den Sachen machen. Und dann... Passt er schon. So. Aber wie es weitergeht, will ich sagen, sehen wir in einer anderen... Äh, in einer anderen Episode. Jetzt habe ich wie ein Knoten in der Zunge. Ähm, also macht's gut, Leute. Bis dahinten. Ciao. Ciao.